Mehrere Bundesländer betroffen Wegen möglicher Glassplitter ruft Kaufland in mehreren Bundesländern vorsorglich Hackfleisch zurück. Betroffen sei die Eigenmarke Karpurland, teilt das Unternehmen mit. Grund für den Rückruf ist eine defekte Maschine. Es wurde ein Glassplitter gefunden, wie eine Sprecherin mitteilt. Kaufland nahm die betroffene Ware bereits aus dem Verkauf. Sie wurde in folgenden Bundesländern verkauft. Verbraucher können das Produkt in jedem Kauflandmarkt zurückgeben und bekommen ihr Geld erstattet. Quelle Doppelpunkt Deutsche Presse Agentur A, F, G, K, LR